Wie geht es Gerda Rogers, Ingrid Thurnherr, Wolfgang Ambros oder der Schwester von Herbert Grönemeyer während der Corona-Zeit? Stimmen, Imitatorin und Komedien Marion Petric weiß es in unserem Kulturbalkon. Guten Abend, meine Damen und Herren, Ingrid Thurnherr begrüßt Sie heute live bei Steiermark heute. Wir haben heute prominente Gäste an unserer Seite, denen sie ihre Stimme verleiht. Die Grazer Kabarettistin Marion Petric parodiert alles, was Rang und Namen hat. Etwa Vera Ruswurm oder Gerda Rogers. Als Steinbock-Dame halte ich mich natürlich ganz stark an die Richtlinien. Ja, mein Gott, ich war im ersten Haus, ich war im dritten Haus und ich war auch im elften Haus. Ich war zu Hause bei meinen Hunderten, hin und wieder bin ich einkaufen gegangen mit meinem großen Wagen. Schon im Kindergarten hat sie andere Kinder unbewusst imitiert. Weil der zum Beispiel einen Wispler gehabt hat, dieses Kind, und ich habe es dann meiner Mama vorabzählt. Und ich habe dann gedacht, die lachen alle. Ich habe es gar nicht witzig gemacht, weil für mich war das ganz normal, das korrekt wiederzugeben. Einer breiten Öffentlichkeit ist sie vor allem durch ihre Rolle als Fischgräte bekannt geworden. Ich bin Reinigungskosmetikerin, man sagt ja nicht mehr Putzfrau, gell. Ja, biozertifiziert, diplomiert bitte. Das Corona hat mich zu schaffen gemacht mit dem Meinigen daheim mit meinem Baby. Ja, wir haben eine richtig moderne Beziehung, mein Baby und ich. Eine On-Off-Beziehung, wobei er der Off ist. Gezwungenermaßen ist Marion Petric momentan auch im Off-Modus. Sie nutzt die Zeit für Yoga und für ihr neues Programm. Es wird eine kabarettistische Rundreise durch die letzten 100 Jahre werden. Also eine musikalische Rundreise und wie die Menschen sich auch verändert haben. Wenn sie zum Beispiel Dates ausgemacht haben, wie das gekungen hat 1950. Und wie das gekungen hat, wenn du jetzt was ausmachst. Also solche Geschichten werden dabei sein. Und mit Sicherheit gibt es da auch ein Wiedersehen mit dem ein oder anderen Promi. Und auch die Schwester von Herbert Grönemeyer singt uns ihre Corona-Hymne. Und ich finde diese Zeit wichtig für jeden individuell und für uns Menschen als Einheit. Ja! Er hat mich so schockiert Ich hoffe, dass das jetzt gebührt Und dass er sich aus dem Stau nicht macht Hopp, hopp, hopp